So, wir haben unsere Goldquelle hier wieder erschlossen. Das ist die Frage, kommen wir hin zu einer Münzbrickerei? Warte, ich baue einfach noch eine. Ich sparte mal rund um die Bäume, wie es aussieht. Gut. Das ist besser. Das ist schon der Rest. Kohle und Eisen, ja perfekt. Das war's. 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 Mein Gold. Da kommt hier der nächste Katapult, oder was? Alles nicht dein Ernst. Sehr gut. So, das sollte uns jetzt erstmal ein bisschen Zeit verschaffen. Auch ein wenig Platz auf jeden Fall, hier auch mal noch ein bisschen die Gegend zu erkunden. So, das sollte uns jetzt mal ein bisschen Zeit lösen. Müller und ein Korb. Ich muss ja eigentlich, wenn hier unten noch Bauernhöfe sind, muss ja dann auch irgendwann mal was ankommen. Habe ich eigentlich Schweineüterschuss? Also meine Schlosserei muss produzieren. Wo ist er denn hier? Okay, das passt aber noch mal. Dann noch mal Eisen, okay. Jetzt erst. Okay. Ich glaube, das war ganz gut, den hier von Gold abzuschneiden. Möchte ich meinen. Na, du kannst ja mal in Ruhe suchen. Okay. 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 Also, das sieht aber auch ganz gut aus. Okay. Und dann wir jetzt wieder ein paar Jahre alt. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Schallbewegung nehmen. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch sehr gut. Und jetzt müssen wir die Schallbewegung nehmen. Hier sind die Schallbewegung. Jetzt müssen wir die Schallbewegung nehmen. grundsätzlich erstmal ganz okay aus hier alles. Eine Schlosserei hängt ein bisschen hinterher und die Schmelze läuft noch nicht richtig. Oh, die geht jetzt los. Doch, doch, doch. Ist okay. So, also. Du hast hier noch ordentlich Eisen gefunden. Das ist tatsächlich gut. Das ist schon alles abgearbeitet. Theoretisch. Goldtechnisch sollte ja hier hoffentlich nichts schief gehen. Jetzt geht es darum, dass die Schmiede tatsächlich wenn ich die Schmiede, die Schlosserei tatsächlich Werkzeuge produziere, damit wir die Bergwerke noch besetzen können. So, dass die Schmiede so jetzt von nichts kommt nichts ob der was produziert hier fehlt halt tatsächlich noch nahrung so 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 Die Schmiede läuft englisch gut an jetzt hier. Die Schmiede läuft englisch gut an. Die Schmelze kriegt keine Kohle? Die Schmiede läuft englisch gut an. 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 Ich guck nochmal nach dem Bier, vielleicht würde ich mal kurzzeitig die Brauerei deaktivieren. Ich glaube, ein Sägewerk kann fast weg. 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 Hier noch eine Ausfallstraße hin. Okay, die Schlosserei produziert auf jeden Fall wieder. So, der ist ja jetzt hier auch fertig mit Zügen. So, der ist ja jetzt hier. Das muss halt jetzt nur noch hier vorwärts gehen. So, der ist ja jetzt hier. 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 So, der ist ja jetzt hier.